Mamas Schule Wein nicht, Kleiner. Ich hab doch alles richtig gemischt. Ich hab dich gefüttert. Ich hab dir die Windeln gewechselt. Hier hast du ein Spielzeug. Hey, ich schau mal nach, was die Mamas machen. Sie zeigt Karl neues Spielzeug. Was ist das denn? Das sieht interessant aus. Das ist ja eine Spielmatte. Hm, alles klar. Ich weiß, ich muss dir auch so eine Spielmatte machen. Get out of here. Das war's für heute. Vielen Dank. Oh, Spielzeug. Jetzt weinst du nicht mehr. Ich schau mal wieder nach, was die dort machen. Sie hat ihn auf den Bauch gedreht. Hm, ich muss dich auch auf den Bauch drehen. Erst massieren wir ihn. Dann drehen wir dich um. Bis zum nächsten Mal.